Bevor das Video beginnt, lasst doch als erstes gerne erst mal ein Abo da. Wir zählen sehr gerne, um mich zu supporten, meine Maps. Für den allerbesten Practice einfach nur Reason eingehen oder die Map-Codes, die jetzt im Screen eingeblendet sind. Codes findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Trader-Code Reason7 im Item-Shop. Nicht vergessen und jetzt viel Spaß beim Video. Lass mal machen, wir machen jetzt... Ami, ist der Gegner? Ami? Ja. Dann post dich weg, die Post. Das... Komme, du bist low. So, einfach nur die Wall halten. Ja, geil. Das ist einer Pimia. Ich hab einen Trunk getötet. Ich bin tot. Ich hab recht eingeschossen, ja. Was ist er denn? Vorhin so irgendwie. Chat, sollen wir euch in Discord holen und ihr stellt mir und mir Fragen? Komm, Ami? Nein, er ist irgendwo Ami. Ja, vor mir, glaub ich. Oder? Ami? Er läuft. Okay, wo kommt? Weil mir so ein Kerl ist... Weil der Werwolf-Dinger will wie essen. Lecker. Ja, komm. Du kannst ihn einfach töten. Hilfe, der will ich essen. Okay, Bots, könnt ihr das grad machen? Da muss ich später... Wenn wir es in der Luft müssen, müssen wir das mal wieder machen. Das ist viel cooler. Ja, okay. Wir können es jetzt aber auch einmal über Discord machen. Ah, ich hab eine Banane. Mods, hallo? Ich hab keine Mods. Er ist Flasher, komm her. Ja, kommst du zu mir einfach mal. Ich muss aber ein bisschen, ich bin nicht wieder. Ja, basically, wir haben uns beide die Frage, Spyro. Also nicht eine Frage an mich, wie ihr besser in Fortnite werdet oder das nochmal, sondern eine Frage an mich und mir. Wir haben es beide. Ich war das Dank für den Fünften. Alter, es geht hier ab, Digga. Komm doch, Ami, bitte einfach und lass dir auch töten. Manchmal hab ich echt das Gefühl, du bist sehr langsam im Kopf. Kannst du mir kommen? Digga, kommt Fupanda oder so. Kannst du Moni gehen, bitte? Ja, ich... Ja, das machen. Mods macht dann auch den Titel. Eine Frage, go mit Mia oder sowas. Warte. Ruf die einfach bei uns rein. Mia oder Fortnite? Digga, Chats. Würdest du, Schatz, wenn jetzt jemand dir die Frage stellen würde, okay? Schminken oder Lenny? Ja, hä? Wie kann man das vergleichen? Was kann man mit Fortnite, Mia, bei dir vergleichen? Ja, du würdest ja eh mal Fortnite sagen. Das wissen wir alle schon mittlerweile. Das stimmt nicht. Natürlich, Leute, er wird das was mitmachen. Ich oder dein Handy? Ja, ich oder dein Handy. Auf jeden Fall willst du dein Handy nehmen. Nein, dich. Nein. Ich hab in demnächst viel länger im Handy, als wenn ich bei ihm bin, ne? Das stimmt nicht, Mann. Du übertreibst. Du küsst immer so, als wenn ich irgendwie dreist. Ich muss dich nicht zwingen. Nein, nein, nein. Nee, nicht zwingen, aber wo ich den Heul geben wollte, war es klar, für mich nicht auf Handy zu sein. Ja, aber dein Heul ist auch echt langweilig. Hä? Er bin ne... Krass. Nichts. Ich meinte das jetzt nicht, aber es ist einfach so für mich so... Du tust da jetzt echt so abgelenkt, würde ich dann aufs Handy gucken, aber das ist ja nicht so. Haltest du? Ich brauch Hilfe im Jahr. Komm mal. Komm, hier bist du andere Gegner. Hilfe. Das ist so krass, der Geh. Oh, my life. Hilfe. Haben wir in Fullbox und das? Du musst zu mir kommen, einfach mal. Du musst einfach zu mir. Nicht ich immer zu dir. Ja, ich bin aber schon tot mittlerweile. Ich bin tot. Nein, du bist nicht tot, Mann. Komm, ich bin noch neben dir. Komm. Nee, wieder am Mai-Bett, ne? Ja, wenn ich was er verfolgt werde, du sagst, dass ich zu dir kommen soll. Hier nochmal Mini. Jetzt immer noch pushen. Ja, das wird auch von mir was haben, ne? Pass auf, wer ist an uns drin? Ja, ich bin... Dad. Hab ihn doch, alles gut. Du brauchst nicht immer so rum. Lässt noch einer, lass noch einer. Komm, ich peace ihn. Pullpies. Dad. Das ist eine Pistole. Sagt Gott, shit Lenny. Shit Lenny. Ich headshot hier mit Eagle, warte. Ja. 100 auf den ein. Ich wurde von hinten gesniped. Mann, ich werde Doggy genommen. Ja. 100. Das war nicht mir. Das war richtig dumm. Das war nicht so schlau. Mann, ja, ich wusste es nicht. Der hat doch gesniped von Olavi und... Digga, der Wechsel. Olavi und Sazaki Malaki, Digga. Ja, und jetzt bin ich tot, weil ich gez... Ich hole dich mir. Ja, wer hoch fliegt, fällt tief. Sorry. Ja, ich sagte mir, das war richtig dumm. Hallo, hallo. Hallo. Moin. Was geht? Alles gut bei dir? Auch. Okay, stell uns die Frage. Ähm, ich wollte dich fragen, warum... Nein, 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 so kann ich mal... So kann es schon nicht so angefangen. So kann es nicht anfangen. Nur Fragen an uns beide. Ach so. Ja, ja, nicht Fragen an mich oder nicht nur Fragen an mir. Anderns beide. Ja, ähm, warum finden wir einen anderen... Also gegen... Warum finden wir euch gegensätzlich... Also was findest du an mir schön und Mia an dich? Ähm... 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 Mia fang du einfach mal an. Nee. Doch. Was ich an Mia schön finde... Ähm... Da gibt es so viele Sachen, deswegen musst du so lange überlegen. Ach so. Ja. Eigentlich alles. Wie sie aussieht. Charakter ist toll. Mia kann lustig sein. Ähm... Ja, da gibt es eigentlich alles. Okay. Du, Mia? Du bist so lange überlegt. Du bist so lange für 43 Monate. Ja, soll ich sagen... Du, Mia? Ja, also... Ähm... Wenn ich so aussehen natürlich... Dann auch, dass man manchmal süß sein kann. Und generell seine Art, ja. Also wenn er süß ist, dann ist er sehr süß. Aber das manchmal nur leider. Aber sonst... sein Geld. Okay. Ja, na klar. Ja. Äh... Okay, Bro, hau rein. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Ciao, ciao. Und Mia dir auch. Okay. Hier, Mia, nimm mal die Sachen da. Kann ich Munition haben? Hier liegt alles, Schatz. Von Nation. Hallo? 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 Was geht? Alles gut bei dir? Äh... Ja, bei mir auch. Okay, stell eine Frage gebrauchen. Ähm, was ist euer Lieblings-Fordner-Spin? Heidi. Äh... Chan-Li. Oder nee, warte mal. Okay. Nein, auf Ernst. Surferge, Surferge. Ähm, kann ich noch jemanden grüßen? Luca, kann jemanden grüßen. Nein, ohne grüßen. Dann fängt es wieder an. Ich grüße Rotation. Okay, ciao, Bro. Ciao. Luca, kann auch ein bisschen. Ist halt lustig. Okay, nächster. Stellt mal gute Fragen, Digga. Ja, aber es ist klar, warst du aber wieder. Warum? Der Surferge ist ein guter Kroll. Habe ich doch Blut? Ich habe gesagt, sagen wir 43 Monate. Wir freuen uns schon. Die sagen das crazy. Oh, Junge, das war auch ein bisschen Spaß, man. Okay, Mauds, ihr könnt vermoven. Eigentlich musst du mir Camer machen, willst du Camer machen hier? Ich habe keine Camer machen. Dann schließ dein Handy am PC an oder so. Ich würde es bei dir machen sollen, aber nein. Nein. Was willst du nicht Camer machen? Nein. Oh. Schau mal nicht, was du mit dir machen soll. If we being real. Okay, Mauds, Bro. Also ist da irgendwie keiner ein Move to Mod oder ein Move irgendwie rein oder so? Hallo? Hallo? Ey, Reason, wichtige Frage jetzt. Oh nein. Nein. Frage an uns beide, sonst nicht. Ja, nein, es ist ja so eine Frage für dich und Mia. Ja? Sagen wir mal, Mias Leben steht jetzt auf dem Spiel. Und du müsstest etwas mit einer Zehnjährigen machen. Würdest du es machen? What? What the fuck? Ja, ja oder nein? Ja, was müsste ich machen? Ja, du weißt schon was. Ja, oder nein? Ja, oder nein? Ich glaube, ja. What? Okay. Ja, würde ich auch. Mia, würdest du mit einem Zehnjährigen ficken dafür, dass du mich rettest? Fuck, ich würde das gar nicht denken. Deine Frage ist immer so schlimm, dass du so viele Fragen bekommst. Hä, das ist eine normale Frage. Ich hoffe, was passiert ist mit Hitman oder so. Das würde niemals passieren. Würdest du aber? Ja, mit seinem Wasser, ja. Ne, ne, solche Fragen kommen auch nicht immer, oder? Nein. Okay, Mods moves einfach alle rein. Dein ganzes TikTok ist auch letztens so gewesen mit schlechten Fragen. Ja, ich muss jetzt so ein TikTok-Video kommen. War nicht schlecht, damit kommst du gut rein, glaube ich. Hau rein so. Hau rein. Ich hab Pluto. Was bitte für den Müll reinschreibt, Lenny. Hallo? Hallo? Warum habt ihr euren Dubai-Urlaub aufgesagt? Hm, erzähl mal warum. Ich wollte nicht in Urlaub. Ich will einfach nicht, ich hab keine Lust. Also, okay. Ich möchte einfach nicht in Urlaub, ja. Ja, sag drei Tage vor allem, er hat keine Lust auf Urlaub. Nice. Ja, tut mir leid. Ja, okay. Hau rein. Hau rein, ciao, ciao. Ciao. Akin. Okay, die gleiche Wahl. Nein, ich hab noch nicht auf die Beichten reagiert, Chat. Ich weiß noch nicht, wann ich das mache. In so einer Stunde, denk mal anderthalb. Vorne ist Urlaub genug. Genau. Ich hab auch eine geschrieben. Mal gucken, ob du sie erkennst, okay. Steht da drin, würdest du deine Oma... Okay, scheiß drauf, wir machen ohne eine Frage. Wenn Spyro alleine ist, bockt das nicht. Sonst dauert es viel zu lang. Geht so eine Frage rein. Fick eine Frage. GoMods macht Dieter wieder einfach... Sex mit mir oder sowas. Fortnite mit Mami. Der bei mir nen Hörspiel einfach oder so. Keiner hilft alles Kackfragen? Ja, scheiß drauf. Fingers cancelt. Omi. Chat, wann sollen wir Beichten machen? Von den Pick-Echsen. Hm. Ja, Schatz, du musst aber auch meinen Kill holen alleine. Komm, ich lass dich jetzt mal alleine feinden. Ja, du lässt mich ja nie mal feinden. Du tötest immer alleine. Jetzt. Mann, ich mach's. Wir lasst du Beichten in so einer Stunde machen, Chat. Lass du mir ne Munition geben. Da vorn ist jemand mehr. Komm, du feitest die jetzt. Ja, okay. Ist besser zwei Pommern. Chat, du stehst still. Okay. Okay, pusht die jetzt, pusht die jetzt. Popp die goldene Banane. Digga, der wird mich nicht so um. Das weg von hier, das weg. Ja, der ist hier, der ist hier, der ist hier. Der ist am Baum, glaub ich. Ich hab mir gespeed, guck. Der ist hier im Jahr. Oh, wir sind selber angegessen, scheiße. Hab ich mal ne R, ich hab nur ne Sniper. Ja. Schatz, also. Du schreibst. Ja, bau mich noch ein. Danke. Ich hab keine R, ich hab nur ne Pomp. Ja, ja. Tim. Ne, jetzt fahrt ich dann. Da will mich töten. Ne, Lenny, war kein Spaß. Sorry. Ja, ich hab eine. Soll ich da eher aufwesend? Und hier, und dann werde ich das getötet. Ne, war wieder Maibert, oder? War cool. Scheiße, ich mag kein Fortnite. Warum ist der Titel rankt mit meinem Pookie? Bist du mein Pookie? Ich will Death halten. Nein, du bist doch nicht. Du bist chilling. Okay, komm, jetzt lass mal ein bisschen gute Laune haben. Du hast immer schlechte Laune, wenn ich mit dir spiele. Du hast immer schlechte Laune. Du hast immer schlechte Laune. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Du hast immer Hilfe. Ich mach keine gute Laune. Ja, du bist aber auch scheiße. Das ist Zweiertex, Mia. Wir müssen in die Zone. Mia, die Zone! Na. Na. Na Punkt, aber ich will was zu essen machen. Ich hab aber nichts. Also bist du, hast du irgendwie gerade deine Tage oder so? Hey, du? Ja. Ja. Ja, super. Ich hab aber nichts gegessen außer Müsli. On me? Kannst du mir kommen? Ich bin dabei, hab nicht zu move'n. 1-P-O-M-I Ist der unter mir? Unter mir drin, Mia. Bitte. Was ist du, Digga? Mann, was bist du? Du holst ihn. Spray einfach rein, er ist 1-HP. Wer ist denn der Entlammte rum? Wer ist denn der Wichtigsten? Du warst doch mal gut wieder, Schatz. Digga hat so viel Werbung. Bro, du schreibst Werbung mit F. Es ist nicht viel Werbung, Digga. Außerdem, wenn ihr keine Werbung wollt, holt euch mit Prime oder Sub rein. Ich kann heute irgendwie nix spülen. Du hast dich so depressiv heute. Ich bin tot. Ich bin müde einfach. Hast du Splashes? Ich hab ein Mini für dich. Komm. Du bist so schnell. 120. 120. Ich hab nicht so ne Banane wie du, irgendein Speed-Ding. Also, ich kann da nicht so schnell sprinten. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde. Ich hab mal gleich mit Kaffee. Warum ist denn Müge? Müge. Müge. Also Mini, äh, Kleinschild, äh, Green Life-Ding. Ich hab eine Wühle. Hier liegt der ganze Loot. Nimm den einfach. Danke. Ich hab nicht solche Bananen wie du. Ja, das ist ein Speed-Ding. Tja, Malek. Jetzt gibt's doch die Muni noch auf, blöd, Mann. Nee, äh, Mia. Du hast doch Max Muni, oder nicht? Nein, ich hab... Äh, doch, Herr von mir. Lass sie doch, Herz. Ja. Nee, ich bin wieder Mia am Mobben. Ich hab auch echt Hunger, muss ich sagen, Dräger. Was isst du? Ich hab nämlich gar nichts zu Hause. Naja, Nudeln mit getrockneten Tomaten, Pesto, frischen Tomaten, Pinienkerne. Ich sag's gleich. Bin hier. Okay, willst du auch was? Ja. Ich hab auch. Hey, da drauf. Hast du's hin zu hinten, Schatz? Ich bin woanders als du. Ich hab' ich auch, hab' ich wohl den Kilt. Ich hab' keinen Giener, ich hab' keinen Sorge. Hab' ihn. Okay, 1v2v1. Du holst den letzten, okay? Da vorn ist er. Er sniped. Siehst du ihn? Da. Nice, Mia! Headshot? Ich auch schon. Herz nicht. Oh, Mia, Entabio.